Früher kam der Maschinist, am Ende hat die Pläne geholt. Der war bis am Freitag, vermutlich ist auch der Lehrling beschäftigt. Heute kommt er am Mittwoch hoch und sagt, was kann ich noch machen? Dann sagt er, ja, zusammensetzen. Nein, es ist alles gemacht. Mein grösster Vorteil, den ich sehe bei Cadentree, ist eigentlich den Konfigurator, den sie anbieten. Im vorgängigen Programm hatten wir nicht einen Konfigurator, der hatte einfach deinem Bollteil-Block. Durch den Konfigurator bekommst du extrem Flexibilität zurück. Wenn jetzt ein Kunde etwas anderes will, kannst du es wieder umändern und aus den kleinen Knopfdrücken. Und das ist der grosse Vorteil. Die Details sind besser. Man liegt schneller unten und das Ganze beschleunigt sich. Die Qualität steigt. Es gibt nichts, was dagegen spricht, dass man das nicht in Ja gericht nimmt. Wllesen geht nicht einfach. dass man das kunde einen Kunde cadreufft,